wir machen heute eine fahrt in einem porsche taikan 4s 1580 kilometer auf der uhr wir werden schauen wie wenig kann man verbrauchen also wie weit komme ich mit einer tankfüllung temperaturbedingungen sind ziemlich gut achteinhalb grad und es ist sonnenschein und von dem her glaube ich sind das optimale bedingungen so liebe tesla freunde oder elektroauto freunde oder welche freunde auch immer ich habe heute einen porsche taikan 4s ich mache einen reichweiten test ich mache den reichweiten test unter den gleichen bedingungen wie unser lieber freund björn nüland in norwegen seine reichweiten test macht mit 90 kilometer die stunde grund ist einfach der ist zwar ich bin zwar auf der deutschen autobahn aber es bringt ja nichts wenn man äpfel mit birnen vergleicht deswegen habe ich mir gedacht okay wir machen jetzt diesen range test sowie in björn nüland macht dass man mal gucken kann wie sind denn tatsächlich die werte wenn man die gleiche geschwindigkeit hat ich selber habe ein model sp 85 d nun gut ist schon ein bisschen älter aber der ist sehr ökonomisch also ich habe den bei der geschwindigkeit ungefähr auf 155 160 kilowattstunden je 100 kilometer runter gefahren und jetzt bin ich eine zeit lang schon bergauf unterwegs von augsburg richtung münchen da geht es tendenziell er bergauf und liege bei 18,1 kilowattstunden 100 kilometer das ist wie gesagt es gibt jetzt sicher viele leute die sagen oh gott warum fährt er denn die schneller deutsche autobahn ja ich habe den wagen jetzt nur für heute und ich will jetzt nicht dreimal aufladen müssen außerdem die ladeinfrastruktur von ionity ist ein bisschen buggy wie man so schön sagt also funktioniert jetzt nicht unbedingt immer aber ich versuche heute als ich werde ungefähr 300 kilometer fahren und ich werde versuchen ohne große ladestopps auszukommen deswegen werde ich mich etwas künstlich beschränken in der geschwindigkeit es macht ja auch nicht wirklich sinn in einem elektroauto zu rasen ja man kann gelegentlich mal natürlich rasen wenn man will und spaß haben aber man kann es nicht machen mit dem ziel dass man eine besonders hohe durchschnittsgeschwindigkeit erreicht und von punkt a nach punkt b zu kommen das dafür ist einfach dann nimmt man lieber ein audi a8 diesel oder irgendwie mercedes klasse diesel mit einem großen tank da kommt man auch richtig weit mit ich habe ja auch in einem anderen video von mir mal meinen drei liter lupo den ich seit mittlerweile 20 jahren habe getestet quasi da war es allerdings doch deutlich kälter und es hat geregnet deswegen kann man das jetzt nicht unbedingt vergleichen aber mit meinem lupo komme ich tendenziell wenn ich die gleiche geschwindigkeit fahre bin ich so um die 2,5 liter auf 100 kilometer und kommen dann ja ich meine es macht kein mensch weil mit dem lupo wenn man die tank füllung wirklich bis nach unten runter fährt also mein lupo gehen über 40 liter rein weil da gibt es so ein reservoir so ein verstecktes reservoir was man öffnen kann von acht litern so genannte nippeltrick leute die schon mal ein älteres vw gefahren haben die wissen was ich meine und das heißt ich komme also mit meinem lupo bei der geschwindigkeit dann weiß ich 1500 kilometer weit und das macht dann nicht wirklich spaß nichtsdestotrotz also wir machen heute auch nicht lupo oder tesla sondern wir machen heute porsche tycan und ich bin echt gespannt was jetzt da sozusagen rauskommt bei diesem reichweiten test ich werde es nachher auf meiner üblichen strecke machen zwischen münchen und garmisch und wieder zurück und dann werden wir mal sehen inwieweit dieses auto ein sehr ökonomisches auto ist oder vergleichbares auto ist wie der tesla also ist natürlich in 100 mal schöner das kann ich anders sagen ich bin obwohl ich tesla besitzer bin kein tesla fanboy ich habe mir das auto einfach gekauft weil dieses auto was ich habe free supercharging hatte hat und ich wusste einfach ich muss speziell dieses und letztes jahr sehr viel fahren und 50.000 kilometer mit einem auto zu fahren wo man nichts verzahlen muss ist dann schon ein wort und ein argument und ja aber ist nicht so ich bin jetzt nicht gehöre nicht zu den tesla jüngern die unbedingt ein tesla fahren müssen ich würde mir auch wenn ich mir einen tesla kaufen würde garantiert nicht ein model s kaufen sondern der hat auch noch diese alte batteriechämie sondern ich würde mir einen neuen model 3 kaufen höchstwahrscheinlich in long range weil wir sind wieder beim thema bei einem elektroauto ist die höchstgeschwindigkeit und die beschleunigung relativ sekundär weil das macht man vielleicht mal am anfang sondern spaß aber ich kann mich nicht erinnern wann ich bei meinem tesla model s performance das letzte mal wirklich die sechs oder siebenhundert ps leistung abgerufen habt ihr dann mal kurzfristig zur verfügung hat es macht einfach keinen sinn ist eine reine spaßsache man kann es mal machen aber ich glaube die motivation mit dem elektroauto ist gerade heutzutage wo die ladeinfrastruktur jetzt noch nicht so gut ist also bei tesla ja aber auch bei tesla wenn ich nach italien fahre oder wenn ich nach portugal fahre was ich letztes jahr gemacht habe da gibt es dann auch etappen wo man wirklich 150 200 kilometer weit kommen muss ohne supercharger und da relativiert sich dann das ganze thema auch schon wieder mit dem laden also mein tesla wie gesagt ist ein älteres baujahr ist ende 2015 hat 100.000 kilometer mittlerweile drauf und was ich festgestellt habe ist auch dass die ladegeschwindigkeit ich habe mit dem kilometer stand knapp 50.000 gekauft habe jetzt 106.000 drauf und die ladegeschwindigkeit bis man einen gewissen ladestand erreicht hat hat mittlerweile auch schon deutlich abgenommen also um die zeit bis ich sozusagen von 20 auf 80 prozent lade ist deutlich länger als jetzt noch mit 50 oder 60.000 kilometern das habe ich genug geschwafelt ich muss natürlich ein bisschen schwafeln dass ich einschlafe bei dem tempo aber ich komme später zu euch zurück und dann gibt es mehr über diesen wunderschönen porsche taikan ich möchte auch noch erwähnen dass dieses auto vom porsche zentrum in augsburg ist und das sind echt cool jungs das nicht so ein riesengroßes zentrum jetzt in münchen oder so aber die sprechen alle unsere sprache dort die dort arbeiten und sind sympathisch und wenn man sich für ein elektroauto und der marke porsche interessiert solltet ihr denen unbedingt eine chance geben ist auch so in den kleineren autohäusern hat man auch immer ansprechpartner und muss nicht irgendwo eine nummer ziehen ja wie man das jetzt vielleicht zum beispiel teilweise beim bmb-zentrum in münchen irgendwie in münchen süd gewöhnt ist wo man dann schon wirklich termin braucht man muss eine nummer ziehen und so und das ist gerade für die leute die jetzt älter als 30 sind also die nach internet generation der vor internet generation vielmehr ist das nicht so ein riesen spaß deswegen porsche zentrum in augsburg sind echt cool jungs ich weiß klar nicht jeder kann sich in branche leisten ich will mich dazu aber nicht äußern weil ob sich jemand ein porsche leisten will oder nicht ist eigentlich jedem seine geschmackssache man muss sich auch überlegen porsche mercedes bmw sind firmen die tolle autos so kleiner nachtrag ich fahre jetzt die strecke von augsburg nach münchen brunntal da treffe ich dann jemanden wo ich eine drohne kaufe und fahr dann heute abend wieder zurück meine durchschnittlich brauche ist nicht weiter gestiegen oder gesungen 17,2 ich bin immer noch bei der üblichen geschwindigkeit von 90 km h 17,2 naja es geht tendenziell halt eher bergauf und ich werde heute abend vergleichsweise mal die gleiche strecke mit meinem tesla model sp 85 d fahren der hat auch winterreifen drauf 19 zoll und dann werden wir mal sehen wie die autos so vergleichsweise sich schlagen auf gleich auf der gleichen strecke ist wird natürlich heute abend etwas kühler sein nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher dass es eine interessante fahrt werden wird so hallo hallo elektro freunde ich fahre jetzt mit dem porsche taikan 4s eine sogenannte range tour also ich versuche bei 90 kilometer die stunde herauszufinden was er verbraucht ich fahre von münchen bis nach garmisch und zurück es geht auf dem weg nach garmisch bergauf circa 120 höhenmeter immer wieder ein bisschen ich glaube die höchste stelle unterwegs sind 730 meter so entweder ja kurz nach wolfradshausen und garmisch hat ungefähr 650 höhenmeter und ich bin gestartet bei 530 höhenmeter und ich bin schon sehr gespannt was dabei rauskommt und ich werde die gleiche strecke morgen zur gleichen tageszeit bei ähnlichen bedingungen hoffentlich mit meinem tesla model sp 85 d fahren der hat 19 zoll winterreifen drauf der taikan hat 20 zoll winterreifen drauf und wir kennen ja von next move die verbrauchstests bei 120 und bei 150 mich interessiert aber mal wie viel dieses auto verbraucht so einfach wenn man versucht sehr gemütlich zu fahren es gibt ja den sogenannten tesla björn test procedure tbt tp tb tp von björn niland der fährt auch mal mit 90 deswegen ist es ein ganz guter anhaltspunkt wie viel die autos bei diesem speed brauchen er sieht das immer als so einen durchschnittsverbrauch an zwischen stadt und überland und natürlich in norwegen wenn man da schneller als 80 fährt landet man gleich auf dem schafott deswegen in norwegen ist lieber nicht so gut schnell zu fahren ich kann mich an eine geschichte erinnern wo manchen älteres ehepaar getroffen habe die mit ihrem wohnmobil da unterwegs waren und bergab ist leider dann der 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 wie sagt man nicht der autopilot sondern ja bis schon dieses ding da wo man die geschwindigkeit mit 1 tempomat genau der hatte so ein tempomaten das war ein altes wohnmobil und er hat bergab nicht gebremst und dann ist er irgendwo bei trontheim mit 90 oder 92 ist mit der laserpistole haben sie ihn angehalten und er hätte dann geschmeidige 1000 euro strafe zahlen sollen und der nette ältere herr der mitte 70 war der ungefähr noch nie ein strafzettel gekriegt hat die wollten dann 1000 euro von ihm haben und er hat sich halt geweigert und die wollten den in knast stecken den armen kerl den haben wir getroffen mein sohn und ich als wir am gallrangerfjord selber mit dem wohnmobil da mal so ein abenteuer trip gemacht haben und der war immer noch den tränen nahe also die geschichte erzählt hat ich weiß allerdings nicht mehr genau wie er drum herum gekommen ist aber ich glaube er hat es nicht bezahlt zumindestens haben sie es ihm nach hause geschickt und er wollte es aber nicht zahlen so jetzt genug geschwafelt ich bin wirklich sehr gespannt wie viel das auto es verbrauchen wird ich bin jetzt bei 21,5 ich fahre gemütlich meine 90 80 90 und da kommen natürlich auch mal zwei baustellen und ich komme dann später wieder wenn wir herausgefunden haben wie viel mehr weniger oder gleich viel dieses wunderschöne porsche auto porsche tican 4s verbraucht kleiner nachtrag zu dem range review ich fahr jetzt gerade mit dem autopiloten der heißt natürlich hier nicht autopilot sondern spur halte assistent und ich möchte euch mal was zeigen der spur halte assistent der fährt immer so ein bisschen von links nach rechts jetzt gerade geht es wieder aber jetzt zum beispiel sieht man er geht jetzt zur rechten seite ist die hand natürlich im lenkrad jetzt lenkt er wieder nach links ja jetzt ist er wieder zu weit links jetzt pendelt er wieder nach rechts also er hält nicht unbedingt exakt die mitte der spur also ich glaube es ist nicht anzuraten die ganze zeit immer mit dem spurhalte assistent zu fahren so wie das manche leute im tesla tun und nebenbei irgendwie nachrichten zu schreiben der wagen fährt ein bisschen schlangenlinien unter autopilot ist jetzt nicht weiter tragisch weil man soll ja eigentlich auch nicht sowieso nicht mit dem ding die ganze zeit fahren man soll die hände am lenkrad halten aber man sieht es gibt doch relativ starke lenkbewegungen von dem spurhalte assistenten so wir sind jetzt kurz vor dem umkehrpunkt in oberau ich bin jetzt 65 kilometer gefahren mein durchschnittsverbrauch ist 16,1 was ist wirklich sensationell ist eigentlich weil 16,1 ich bin mir nicht sicher ob ich das mit dem tesla viel besser hinkriege mit dem tesla werde ich das morgen fahren vor allen dingen 16,1 bitteschön unter der voraussetzung dass es eigentlich die ganze zeit flussaufwärts geht von münchen an und wir liegen liegen jetzt ungefähr bei 6 650 höhenmeter münchen der startpunkt von der a 95 ist 9 530 meter und 16,1 ist ein sensationeller wert das hätte ich nicht gedacht und ich bin jetzt mal gespannt ich stelle jetzt gleich wieder auf null beim umkehrpunkt bei der shell tankstelle in oberau und dann werden wir mal sehen auf dem rückweg wo es eher bergab geht ob sich der der sich der verbrauch dann noch mal deutlich senkt so die fuhre ist jetzt wieder auf null gestellt es geht jetzt von von garmisch aus also von oberau aus jetzt sind wir bei eschenlur geht es jetzt wieder in richtung münchen verbrauch ist jetzt erst mal am anfang etwas niedriger weil wir gleich mal bergab fahren die nächsten vier fünf kilometer dann geht es wieder ein stückel bergauf und dann wieder nach unten so richtung pensberg und ich bin mal gespannt am autobahnende in münchen wie sich dann einpegelt weil die letzte strecke zwischen wolfradshausen da ist eigentlich mit der höchste punkt mit 750 metern oder 740 metern da müsste dann der verbrauch noch mal ordentlich nach unten gehen zwischen bolfradshausen autobahnende in münchen ich bin auf jeden fall sehr gespannt und ich bin vor allen dingen also muss ich sagen relativ begeistert über den verbrauch wenn man so diese 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 90 km h fährt diese tesla björn typical range schmarrn das weiß falsch wahnsinn dieser dieser ausdruck ist echt so schwer ich habe echt das ist so ein zungenbrecher tesla björn test procedure tb tp das ist so diese 90 kilometer test das habe ich deswegen gemacht weil der björn nüland diese autos immer relativ konstant also wenn der so ein range test macht der hat ja viele range test gemacht welche im sommer welche im winter und ich kann mich erinnern er hat einen gemacht mit einem nicht doch mit 100 d glaube ich da ist er bei dieser geschwindigkeit mit dem wagen hat er eine range von ungefähr 520 kilometern erreicht jetzt muss man dazu sagen der 100 d von tesla hat eine eine batterie also hat keine hat eine hunderter batterie ich glaube 102,4 irgendwie sowas aber die nutzbare kapazität sind wie 93 kilowattstunden beim porsche ist offiziell die nutzbare kapazität 83 kilowattstunden ich habe aber schon gehört zum beispiel von next move dass die wohl eher bei 86 87 liegt also spricht das branche so ein bisschen so ein bonus gibt zweifelsfalle also nichtsdestotrotz ist die batterie vom tesla größer das bedeutet also sagen wir mal wenn die 5 bis 10 pro 5 bis 10 prozent größer ist müsste der tesla eigentlich auf jeden fall mal 40 50 60 kilometer weiterfahren können schon allein aufgrund der größeren batterie ich bin mir nicht so sicher ob ich so viel weniger mit dem schaffe weil ich bin jetzt echt schon eine ganze stück gefahren ich versuche das jetzt mal hier zu switchen ich hoffe ich bin jetzt schlau genug das irgendwie hinzukriegen das war jetzt falsch irgendwie wieder zurück da muss man irgendwie auf den knopf gedrückt halten seit laden jetzt machen wir seit laden also ich bin seit laden schon 280,9 kilometer gefahren ja also da ist er noch im hof gestanden und ein bisschen rumgespielt und danach so ein paar beschleunigungs dinger gemacht also ich habe sozusagen als ich angefangen habe ökonomisch zu fahren da das war ungefähr 40 kilometer später bei kilometer stand 40 strecke also streckenstand 40 und deswegen ist der verbrauch jetzt noch ein bisschen höher aber nichtsdestotrotz also ich habe jetzt 280 kilometer schon gefahren und bin hier auf dem habe immer noch 202 kilometer range wobei ich herausgefunden habe dass ich weiterkomme als diese range hier anzeigt also so ähnlich wie typical range beim tesla bin mir ziemlich sicher ich würde an die 500 kilometer kommen ich fahre auch fast an die 500 kilometer bis ich den wagen wieder abgebe also insofern werden wir mal sehen ich bin mir nicht so sicher ob der porsche er wird den tesla nicht schlagen aber wird nicht viel schlechter sein wie heißt es so schön man kocht man ist das wasser irgendwie man man ist nicht so heiß wie es gekocht wird und alle alle ja alle kochen mit dem gleichen wasser oder mit der gleichen wassertemperatur oder irgendwie so gibt es so ein spruch die tesla hat mit den raven motoren sehr ökonomische motoren aber die pre raven motoren von dem p 100 d und von dem s 100 d als die verbrauchen schon mehr als die raven motoren und ich bin mir ziemlich sicher dass er die 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 pre raven motoren schlägt vom verbrauch her beziehungsweise nicht groß drüber liegt ich bin auf jeden fall mal sehr gespannt und komme dann wieder zurück auf euch zu sprechen quasi oder mit euch zu sprechen oder von euch zu sprechen wenn wir am ende von der autobahn angekommen sind übrigens wunderschön hier bin jetzt gerade höhe kochel am see auf der a95 glaubst ja 95 doch 95 und habe jetzt noch ungefähr 50 kilometer vor mir ich stelle jetzt mal wieder dieses ich glaube ich einen falschen knopf gedrückt ja ich habe es immer so mit den knöpfen also das ist zum beispiel glaube ich finde ich also ich will jetzt nicht sagen dass es bei tesla besser gelöst ist aber man hat auf jeden fall bei tesla nicht so viele knöpfe die man drücken können muss so meine lieben kameraden kameräder der elektromobilität hier das überraschende ergebnis 14,1 am autobahnende durchschnittsgeschwindigkeit 86 kmh strecke 70 kilometer das ist das was ich jetzt von garmisch in richtung münchen verbraucht habe auf der hinfahrt waren es nach garmisch waren es 16,1 ungefähr also durchschnitt 15 ist das möglich ich bin völlig überrascht wisst ihr ich finde es ja mal merkwürdig es gibt ja diese epa range wo der porsche so schlecht abgeschnitten hat mit 323 kilometern irgendwie 200 meilen ich weiß nicht ob dacobert trump diese range diktiert hat so dass ja keiner in amerika porsche kauft das ist ja mal völlig für die katz diese angabe der wagen hat eine kleinere batterie als der tesla s 100 d oder p 100 d glaube wie gesagt 86 87 kilowatt kilowatt batteriekapazität der tesla hat mindestens 93 wenn er schon ein bisschen älter ist angeblich laut unserem dem wie heißt er noch mal horst lüning sogar 98 also netto batteriekapazität also nutzbare kapazität und der hier hat sagen ich mal maximal 87 und ich komme fast gleich weit ja es ist nun mal leider so ich werde nachher noch mal die zahlen die harten fakten zusammen addieren und dann wenn ich an den wagen abgebe das werde ich dann nennen butter bei die fische ja sozusagen dass man mal wirklich genau sieht dass man nicht äpfel und birnen vergleicht sondern gleiche strecke gleiche geschwindigkeit zwei unterschiedliche autos morgen fahre ich mit dem tesla also mit meinem tesla der gehört mir p85 d hat 3,4 bar auf dem reifen dieser jahr übrigens nur 3,0 bar jetzt auf dem reifen gehabt hat aber 20 zoll reifen meiner mein test hat 19 zoll reifen und ich bin mir nicht sicher ob der tesla morgen auf der gleichen strecke bei der hoffentlich gleichen temperatur viel weniger verbrauchen wird weil 14,1 ok ich bin nur 90 gefahren aber das ist halt meine meine testprozedur weil ich kann einfach ich möchte auch die möglichkeit haben dass man mit den test ergebnissen von anderen youtube man vergleicht und der einzige der wirklich sinnvolle verbrauchsfahrten macht ist björn nülland und deswegen auch dieser tesla björn testprocedure den ich da anwende und so kann man nämlich mal echt sehen wie die autos auch andere autos ist sich im vergleich dazu schlagen also ich bin total überrascht ich fahre jetzt in richtung porsche zentrum nach augsburg wo ich den wagen dann zurückgeben werde ich kann übrigens dieses autohaus nur wärmstens empfehlen das ist nicht so ein porsche zentrum wie porsche wie bmw zentrum wie sie halt immer so sind also ein bisschen unpersönlich sondern das ist ein nettes junges team der verkäufer von dem ich den wagen bekommen habe der ist 25 jahre alter versteht was vom fach der es next generation und also gut aussehen da netter kerl für die drei prozent damen die bei meinen blöden videos zu gucken kann ich nur empfehlen also für alle sind die crofords und claudia schiffers die jetzt hier so heimlich zu gucken weil ihr ehemann irgendwie nicht mehr sich richtig um sie kümmert und also dieser junge mann ist nur wärmstens zu empfehlen ich werde dann nachher noch in den link der beschreibung vom video werde ich noch die daten rein füllen falls irgendjemand also falls irgend natürlich jungs ich weiß nicht jeder kann sich so ein auto leisten ist utopisch 108.000 euro aber jetzt mal wie gesagt butter bei die fische das ist nicht viel mehr als ein tesla okay du musst noch sonderausstattung reinpacken next move hat ein vernünftig kommt vernünftiges auto mit 122.000 konfiguriert ein tesla performance aktuell wenn du dir den neu bestellt der ist vielleicht 56 7000 euro billiger also es macht jetzt nicht wirklich also wirklich wie sagt man ja es macht jetzt nicht wirklich so viel aus dass es macht jetzt nicht die kufett auf gut deutsch gesagt und deswegen ist der wagen mit einem tesla model s vergleichbar so zu den vor- und nachteilen also beim tesla definitiv autopilot besser ja das ist das bessere system der eiert ein bisschen hier hin und her das kann man vielleicht im rahmen eines 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 updates könnte es die porsche ingenieure noch verbessern verbrauch kann ich abschließend noch nicht sagen ich würde nicht sagen dass er viel mehr verbraucht als der tesla also zumindest nicht unter den gegebenen testumständen es ist sowieso schwierig immer elektroautos vom verbraucher zu vergleichen ich erinnere also jeder der mal ein bisschen autonahe ist und früher viel automotor sport gelesen hat der hat sich auch mal gewundert wieso beim einen test dieses eine auto zum beispiel nehmen wir mal ein 335er bmw die wurden da bei manchen tests getestet mit 5,0 sekunden auf 100 dann beim anderen nur 5,7 sekunden auf 100 also das ist schon ein unterschied das sind zehn zwölf prozent unterschied von der von den von den von den testdaten her also es gibt auch bei 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 verbrennermotoren gibt es unterschiede und bei bei elektromotoren elektroautos ist die vergleichbarkeit eigentlich noch viel schwieriger du kannst eigentlich ein elektroauto mit einem anderen elektroauto nur vergleichen wenn du wirklich ganz ähnliche testbedingungen hast auf gut deutsch du hast keinen rückenwind du hast kein gegenwind du hast eine ähnliche temperatur die klimaanlage muss auf einer gewissen temperatur eingestellt sein sonst kannst du den vergleich einfach knicken es bringt nichts es ist wirklich unsinn wenn du jetzt meinetwegen den tesla bei regen und 90 km h oder 100 km h testet du fährst dann zum beispiel mit dem auto am nächsten tag bei regen bei sonnenschein und 100 km h da sind so große unterschiede und das ist einfach unfair und unseriös solche vergleiche dann zu machen ich habe mir vorgenommen mal einen seriösen objektiven vergleich zu machen einer der auch nicht irgendwie sag ich mal durch meine nationalität geprägt ist ja ich meine automotoren sport da haben gewinnen immer die deutschen autos weil die deutschen autos sind auch besser aber manche sag ich mal vergleichtest bei den deutschen automobilzeitungen bei der deutschen presse sind schon ein bisschen naja wie soll man sagen also nicht wirklich objektiv ja bei tesla schneidet ja nun ja nicht immer wahnsinnig gut auch bei deutschen zeitungen es wird immer auf den spaltmaßen rumgejuckt ja jetzt weiß nun mittlerweile auch nach zehn jahren tesla bald oder acht jahren tesla bald ja mein gott das ist beim tesla mal halt so ja aber mal ehrlich es gab auch leute die haben sich ein alfa romero vor zehn jahren gekauft auf 15 jahren da waren die spaltenmaße auch nicht so besonders gut und oder volvos ja es gab immer wieder autos wo die qualität nicht vergleichbar war mit deutschen autos aber das ist nicht kaufentscheidend wirklich ja sondern es gab auch viele leute die haben sich ein alfa gekauft weil der motor einfach super war oder ein fiat hier da ist ein kleiner fiat abad ja ist jetzt mit sicherheit nicht das beste auto seiner klasse aber das ist das ist ein schicker flitzer ja und es gibt genügend leute die sich so ein auto kaufen und der muss auch nicht halt halb so teuer dann nur sein und deswegen man muss einfach objektiv sein und jetzt sind wir mal lassen wir mal die nationalistische brille weg es gibt doch viel viel mehr amerikaner die sich deutsche autos kaufen als deutsche die sich amerikanische autos kaufen also was soll der sparen denn wir können doch froh sein dass wir so viele autos weltweit verkaufen ja ich weiß ich glaube ich habe neulich mal gelesen china die chinesen kaufen ein viertel der kompletten deutschen autoproduktion ab also und was soll das dann dieses theater und dieses geräte wir müssen uns nur deutsche autos kaufen nein wir müssen uns ein auto kaufen was für für was was man gern fährt es muss doch nicht jeder mercedes rumfahren oder jeder mit dem porsche rumfahren oder jeder mit dem keine ahnung im mini rumfahren jeder soll das auto kaufen was er will die deutschen wir profitieren am allermeisten im export die amerikaner und die chinesen oder wie sie alle wo sie alle herkommen die italiener die franzosen die helfen uns diese fünf millionen arbeitsplätze die mit der automobilindustrie irgendwie zusammenhängen oder drei millionen mit zu erhalten ja dass die schön viele autos bauen und das ist einfach der punkt also bitte schön objektiv bleiben man muss nichts durch die nationalistische brille sehen oder durch die nationale brille sehen wenn einer bock hat sich ein tesla zu kaufen dann soll er das in gottes namen machen so wie ich auch ich habe auch noch einen alten mercedes ich habe auch noch einen vw in den drei liter lupo und das sind alles alles sag ich mal gute autos mein es hat auch noch es hat ja nun auch nicht jeder eine blondine die 1,75 m groß ist und 55 kilo wiegt sondern jeder hat da einen eigenen geschmack und so sollte es beiden autos auch sein was meint ihr denn dazu also ich werde jetzt nachher noch mal mich hier unerhört zu wort melden wenn ich tatsächlich angekommen bin und mal die tatsächliche reichweite dann ermitteln und ansonsten war das für mich ein sehr aufschlussreiches eine aus ein ausschussreicher tag ja mein tesla hat 935.000 euro kosteten gut die teslas kosten nicht mehr so viel neue die preise sind gesenkt worden was auch vernünftig ist aber nichtsdestotrotz das ist ein richtig gutes auto und man kommt richtig weit die ladegeschwindigkeit ist sensationell ja das muss ich aber jetzt nicht testen weil da gibt es genügend tests schon wie die ladegeschwindigkeit ist also irgendwie 20 minuten von 10 prozent auf 80 ja das muss jetzt nicht zum 200 mal getestet werden was ich warum ich diesen test gemacht habe ich habe ja zum beispiel next move ist wirklich ganz super sind super videos die die jungs da machen in leipzig sitzen die glaube ich ja die sind objektiv die sind nicht laut diese nicht national nationalistisch sondern die sagen einfach so wie die autos sind und genauso sollte es auch sein und ich finde diesen wagen hier sensationell also wenn ich jetzt die wahl hätte und das geld hätte und jeder kann sich leider so ein auto leisten ich auch nicht eigentlich dann muss ich sagen also ich würde mir persönlich aufgrund der erfahrung des heutigen tages er ein hier diesen porsche teichern kaufen als ein tesla model s weil der tesla model s ist von der ladegeschwindigkeit auch die neuen modelle die raven modelle sind jetzt nicht so der oberburner dass ich jetzt sagt oh gott dass das ist jetzt hier kriegsentscheidend sondern die ladegeschwindigkeit ist eher lau also damit auch natürlich die erreichbare reichweite und ich bin jetzt jemand ich muss auch mal 1000 oder 1200 kilometer am tag fahren da spielt das definitiv eine rolle aber ich würde wohl unter meinen gegebenen finanziellen bedingungen würde ich mir heutzutage auch ihren model 3 kaufen das ist einfach momentan somit das modernste elektroauto was bezahlbar ist porsche taikan und diese autos das sind für mich absolute träume ja davon werde ich auch noch ein bisschen weiter träumen gemeinsam mit euch aber nichtsdestotrotz das ist ein vernünftiges auto was den verbrauch anbetrifft es ist ein emotionales auto was das aussehen anbetrifft ich bin glaube ich vier mal angequatscht worden worden heute was das für ein wunderschöner wagen ist und von dem her glaube ich muss man nicht viel mehr dazu sagen wenn ich angekommen bin sage ich noch mal was über die reichweite und dann war es ist auch schon für heute und morgen gibt es an den test mit dem p 100 dp 85 d mit meinem geliebten kleinen tesla und naja so klein ist er gar nicht und dann werden wir mal sehen was bei rauskommt so elektromobilität freunde ich bin jetzt kurz vor dem autohaus ich habe immer noch erstaunliche 108 kilometer range 18 prozent state of charge und ich habe jetzt noch irgendwie fünf kilometer zu fahren oder sieben kilometer zu fahren ich bin von augsburg nach münchen gefahren von münchen nach garmisch gefahren von garmisch nach münchen gefahren von münchen über nach landsberg gefahren und von landsberg nach nach augsburg gefahren also ungefähr 400 kilometer und ich habe hier laut diesem ding hier immer noch 100 kilometer reichweite die sehr viel weniger anzeigen heute während ich gefahren bin als ich tatsächlich gefahren bin ich kann es also nur hoch rechnen über den state of charge ich habe aber jetzt leider momentan ich habe leider dummerweise vergessen foto zu machen am anfang ich gucke mal auf den anfang auf den videos wo ich losgefahren bin welchen state of charge ich da hatte und dann werde ich mal hoch rechnen auf jeden fall 500 kilometer reichweite no problem at all und das ist entschuldigung den ausdruck ein geiles auto und ihr kommt genauso weit wie mit dem tesla das ganze gerede mit nur die reichweite ist so kurz und sowas ist kompletter unsinn nichtsdestotrotz ich werde jetzt mal abwarten auf die fakten auf die harten fakten und dann werden wir mal sehen ich mache noch ein kleines abschluss video nachher wo ich die zahlen mit reinbringe und dann werde ich morgen mit meinem tesla model sp 85 d werde ich mal die gleiche strecke wie gesagt fahren und dann werden wir mal sehen ich habe meinen tesla model s letztes jahr im august gekriegt da hat es immer 30 grad gehabt dann war ich in spanien italien frankreich allen möglichen heißen ländern und ich habe überhaupt kein plan was ich mit meinem model s irgendwie bei diesen angenehmen temperaturen von 16 grad schaffen werde deswegen wir werden mal sehen morgen und dann wird es sich zeigen dann wird die wahrheit ans tageslicht kommen bin auf jeden fall schon mal ganz aufgeregt und freue mich sehr und bis später hallo liebe elektromobilitäts freunde hier ich bin jetzt in meinem tesla model sp 85 d ich habe eine typical range von 368 kilometer noch übrig und 460 kilometer ist die genormte reichweite und ja ich habe auch schon paar kilometer verloren seitdem ich den wagen habe ich habe ihn seit 60.000 kilometern auf dem tacho jetzt habe ich oh gott schon 110.000 kilometer drauf die die zeit vergeht ich habe ihn letztes jahr im august bekommen also vor sieben monaten 50.000 kilometer weniger auf dem tacho und ich mache jetzt den vergleichstest oder den reichweiten test mit dem tesla gleich wie gestern mit dem taikan und da bin ich mal sehr gespannt was dieses etwas ältere also nicht ganz alt dieses mittelalte model s sich im vergleich schlägt mit dem mit dem porsche taikan so ist mir doch fast wieder der name entgangen und jetzt mache ich mal los ich werde übrigens 89 waren und nicht 90 weil ich gehört habe also so wie viele leute elon musk gibt ja keine bedienungsanleitung für die autos aus dass der zusätzliche motor also ich bin natürlich hier was das fahren an betrifft schauen wir noch mal hier auf das display fahren haben wir hier ich gehe auf lässig ich gehe auf reichweiten modus und ich habe gehört dass im reichweiten modus bis 90 kmh der untere motor der vordere motor der weniger verbraucht zieht oder ab 90 kmh und da ich mir jetzt nicht ganz sicher bin ob das 89 oder 90 ist fahre ich jetzt mit 89 kmh also bis später bin jetzt unterwegs auf der a95 kurz vor münchen kilometer stand quatsch typical range 359 jetzt der verbrauch ist natürlich super niedrig weil es hier richtung münchen auf der strecke immer so permanent ein bisschen zu flussabwärts geht quasi und ja ich habe hier die ganzen trips auf null gestellt und ich werde in den wagen nachher auch mal so leer wie möglich fahren um zu sehen wie weit ich eigentlich komme und ich musste gerade mal die kamera runterhalten weil ich habe gehört dass polizisten so eine kamera auch mal für ein handy halten und man einen punkt in flensburg kriegt deswegen wollen wir nicht riskieren also lange rede kurzer sinn oder am ende des tages wie alle klugen leute was schön sagen es wird ein längerer tag werden weil ich natürlich jetzt relativ lang unterwegs sein werde aber wir werden nachher wissen ob der taikan wirklich so viel mehr verbraucht wie die epa wertungen gesagt hat so jetzt habe ich alle anzeigen auf null gesetzt aktueller trip auf 198 und den trip a den lasse ich wie gesagt durchlaufen jetzt muss ich mal hier den autopiloten einschalten den trip a das ist der test das ist der den stehe ich nicht auf null den lasse ich bis ganz am ende mit durchlaufen dass man mal sehen wie weit der gesamtverbrauch dann ist auf der strecke und den aktuellen trip den setze ich dann wenn ich in garmisch angekommen bin oder vielmehr in oberau bei meiner schelten stelle auf null wieder und messe dann den gleichen wert auf der rückfahrt wetter ist super 18 grad habe ich glaube ich schon gesagt oder habe ich nicht gesagt weiß ich nicht bin schon alt und vergesslich und ja jetzt geht es los sozusagen so ich bin jetzt am ende des ersten abschnitts meiner reise 147 watt stunden je kilometer von 46 minuten fahrzeit ich komme jetzt in oberau gerade an dort ist mein umkehrpunkt und der verbrauch ist etwas niedriger als mit dem taikan ja habe ich mir schon gedacht habe aber nicht so viel niedriger ich werde dann mal die daten am ende zusammenfassen und ich komme auf jeden fall wieder wenn ich wieder in münchen angekommen bin mit meinem kleinen mündlichen resümee erstmal so ich bin jetzt am ende meines zweiten abschnitts angekommen ich bin in beide richtungen gefahren meine typical range hat sich auf 253 kilometer verringert von zu hause bin ich losgefahren mit 269 hier sieht man seit dem laden habe ich bin ich 155 kilometer gefahren ich habe also deutlich unter typical range verbraucht und meine durchschnittliche mein durchschnittlicher verbrauch rein auf der autobahnfahrt mit durchschnitt 90 kmh waren 136 watt stunden je kilometer das ist doch noch mal deutlich niedriger als mit dem taikan ich würde sagen so um die zehn prozent und finde ich für so ein altes auto naja vier jahre alt ist das schon durchaus ein wort würde ich sagen und ich muss natürlich dazu sagen ich habe bei diesem wagen hier habe ich einen reifendruck auf 3,4 bar aufgepumpt der taikan war bei 3,0 kann jetzt allerdings nicht beurteilen inwieweit der reifendruck hier einen großen einfluss jetzt hatte bei dieser niedrigen geschwindigkeit von 90 kmh wobei man natürlich sagen muss der taikan war auf 20 zoll rädern so wie ich das bei anderen tesla testern wie björn nüland und diversen anderen professionellen testern also die das richtig gut machen oder horst lüning gesehen habe macht die reifengröße bzw die felgengröße doch schon etwas aus also ein zoll würde ich sagen das ist jetzt würde man sagen das macht jetzt nicht die welt aus aber muss auf der anderen seite berücksichtigen bei einem elektroauto macht alles einen unterschied die alten aero felgen die es mal ganz früher für das model s gab die nicht so gut gingen und die dann aus dem sortiment genommen wurden sollen doch deutlich den verbrauch zumindest bei höheren geschwindigkeiten drücken ich habe übrigens versucht mir einen satz von diesen felgen zu kommen in amerika aber es war aussichtslos die sind gebraucht teilweise teurer als sie damals neu waren und ich habe irgendwie mal drei gefunden aber eben nicht vier und deswegen bin ich in meinem unterfangen jetzt noch nicht weitergekommen nichtsdestotrotz ich werde nach einmal die kompletten fakten irgendwie zusammenschreiben ich bin noch nicht so professionell wie andere youtuber die hier sage ich mal die videos ganz professionell machen mit musik das bitte ich zu entschuldigen aber es kommt am ende des tages ja auf die fakten an und die fakten besagen dass der porsche taikan ein sehr gutes auto ist dass er sehr wenig verbraucht ein bisschen mehr als ein model s ich würde jetzt nicht denken dass ich jetzt mit einem raven modell s raven so wahnsinnig unter den werten jetzt liege von diesem auto hier weil das ist ein 2015er modell der ist auch schon verbessert gewesen als die ursprünglichen modelle und es ist ein p85d der nur den vorderen motor einschaltet wenn man unter 90 km h ist und im range mode natürlich ausschließlich und das würde ich denken der ist schon relativ optimal ja also wie gesagt ich komme noch einmal zu euch zurück wenn ich die fakten zusammengeschrieben habe ich wünsche euch einen schönen tag und da uns ja alle die quarantäne bald bevorsteht nehme ich mal an dass mehr leute zu hause videos gucken werden und dann würde ich mich über kommentare freuen wie gesagt keine kommentare dass die qualität so schlecht ist wie gesagt ich bin kein professioneller youtuber ich mache das auch nicht für geld und ich krieg auch von niemandem was und deswegen ich versuche es einfach mal die zahlen so rüber zu bringen dass die leute davon sich was zusammenreimen können selber aber ist es nicht so professionell wie bei horst löning oder oder björn nüland deswegen ja bitte bitte vergebt mir in dieser beziehung ja danke tschüss so kleine einwurf auf deutsch wir fahren heute mit meinem sohn und seiner freundin ein audi rs6 mit der gleichen durchschnittsgeschwindigkeit 90 km h 30 kilometer gefahren 20 minuten und der durchschnittlich verbrauch sind 7,2 liter das ist doch mal ziemlich gut für so eine fette gäste so jetzt vergleichsweise nochmal ein anderes auto bin jetzt auf der rückfahrt vom flughafen in memmingen und habe wieder zurück nach münchen und habe einen porsche cayman eigentlich kein mann cayenne abgeholt den mit dem 3 4,2 liter diesel hat glaube ich irgendwie was 380 390 ps mit dem bin ich jetzt unterwegs zurück meine durchschnittsgeschwindigkeit sind wieder macht so knapp über 90 weil das gps sagt dass 94 90 echte km h und der durchschnittsverbrauch ist bis jetzt 6,5 liter bei der geschwindigkeit ja es hat gerade ein bisschen geregnet aber jetzt hat es aufgehört so meine lieben freunde und mit leidensgenossen ich wollte euch nochmal kurz was zeigen dann wollte ich noch mal ernste worte richten hier ich bin jetzt 80 kilometer gefahren bei konstant 90 km h durchschnittsgeschwindigkeit sind etwas über 90 weil ich vor etwas schneller gefahren bin der durchschnittsverbrauch dieses borsche cayenne das ist ein 8 zylinder diesel nicht die aktuelle generation sondern die generation davor ich glaube 2014er modell ist das oder 2013er habe ich gebraucht 5,5 liter das ist für ein 2,5 tonnen auto echt ein guter wert kann man nicht anders sagen ich bin die strecke von memmingen nach münchen gefahren würde ich sagen tendenziell eher ein bisschen bergab gehend aber 5,5 liter ist auch wenn man noch einen halben liter dazu zählt für so ein riesen auto echt eine gute nummer und warum bin ich jetzt so langsam gefahren ja also ich bin ja den tesla und den porsche ne den porsche taikan auch so langsam gefahren deswegen man muss schon die gleichen geschwindigkeiten vergleichen und wenn man fair sein will dann muss man eben auch fair sein was die konditionen anbetrifft also porsche cayenne verbraucht diesel verbraucht 5,5 liter wenn man 90 fährt vorhin bin ich den rs6 gefahren das ist die aktuelle generation der hat 6,9 7,0 liter gebraucht für die gleiche strecke in die gegenrichtung also man kann auch mit diesen autos verbrauchs also die verbrauchen jetzt keine 20 liter sondern wenn man sie wenn man sie so dezent währt wie mit einem elektroauto dann kommt man auf wirklich gute verbrauchswerte ich meine es macht natürlich keinen sinn weil was der unterschied ein elektrowagen wie ein tesla model s oder taikan der ist genauso teuer wie dieser dieser cayenne hier mit dieselmotor aber natürlich die unterhaltskosten sind natürlich in dimensionen höher der wagen hier hat jetzt 150.000 kilometer drauf und ich fahre auch deswegen so langsam weil ich jetzt zwei fehlermeldungen habe aus dem motor kommt vorne ein merkwürdiges geräusch raus also hört sich so irgendwie an nach irgendwie ansaugtrakt oder krümmer oder sowas also ein schräges geräusch und das ist halt immer das problem wenn man mit einem mit einem benzin erfährt oder einem diesel fährt es kommt die zeit wo man anfängt neureikisch oder allergisch auf geräusche zu hören ja das ist auch da kann das auto noch so gut sein nach 100.000 kilometer geht das theater los und du kannst machen was du willst du wirst theater bekommen mit diesen autos und dieser cayenne hier ich meine porsche ist wirklich braucht man nicht zu mir porsche sagen ja das ist von der qualität her ein tolles auto aber ja der stress fängt halt an und wahrscheinlich weiß ich das nicht mein auto zum glück ich habe den in memmingen am flughafen abgeholt von einem freund von mir der übrigens corona positiv ist darüber werde ich jetzt gleich ein paar worte sagen der dem seine freundin die bulgarin ist hatte ihn am flughafen stehen lassen und allerdings schon vor zwei wochen oder so und er wollte den eigentlich immer selber holen oder holen lassen und das konnte endlich jetzt ist er positiv getestet worden hat mir vorhin den schlüssel vor die tür gelegt und jetzt bin ich mit meinem sohn nach memmingen gefahren haben den wagen dort abgeholt 380 kröten gezahlt für diese paar tage da ist echt höllisch und jetzt fahre ich den wagen eben zurück ich würde mir garantiert im leben nicht kaufen schon gar nicht als gebrauchten wagen weil gut die sind zwar billig was kostet und ding jetzt 20 30.000 euro würde ich denken aber die unterhaltskosten die machen eigentlich die machen einen verrückter und man fängt an wie gesagt allergisch wird auf diese ganzen geräusche zu hören die von von was war was auch immer kommen und das hast du im tesla nicht und das hast du das hast du mit dem taikan nicht das wirst du auch nicht haben weil es hat auch einfach viel weniger sag ich mal neuralgische punkte gibt wo du stress kriegen könntest und 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 das ist das ist letztendlich der große große vorteil von diesen von unseren elektroautos die wir auch lieben gelernt haben ja wir können nicht mit einem schnitt von 150 von münchen nach hamburg fahren oder ja irgendwo andere länder sowieso nicht weil du dann tempo damit hast ja aber am ende das heißt immer jeder muss eine pause machen ich bin auch schon nach südfrankreich 950 kilometer gefahren und bin es in einem durchgefahren und bin es dann in sieben siebeneinhalb stunden gedüst und mit meinem tesla brauche ich finde 14 stunden also es ist einfach ein unterschied gut ich habe nicht den neuesten tesla meiner ist ein 2015 p 85 d aber derzeit ist es ein zeitnachteil und er ist deutlich und wenn man ja ich weiß ja nicht wie viele von euch schon rentner sind oder sag ich mal sich die zeit gerne nehmen von der sache her ich kann mir die zeit eigentlich nicht nehmen ich mache es trotzdem ja das hat was mit der umwelt zu tun also bei mir war der umweltgedanke auch wichtig irgendwo dass man mit gutem vorbild vorangeht ich habe 19 jährigen sohn mein sohn hat selber schon sohn und deswegen man muss ein bisschen auch an die zukunft denken und deswegen das hat bei mir eine rolle gespielt es war nicht unbedingt kaufentscheidend aber ja es hat mich doch schon sage ich mal angetörnt dass die autos jetzt keinen dreck raus pusten hinten und ich bin früher gerne benziner und diesel gefahren gerne auch schnellere und das hat sich jetzt so meine lebenseinstellung hat sich ein bisschen geändert ich habe auch meine generell meine mein leben dadurch ein bisschen entschleunigt so könnte man das vielleicht am besten sagen wenn man eine elektrowagen hat außer vielleicht model 3 entschleunigt man automatisch man macht stops und so und das ist irgendwo eine eine wie soll man sagen eine neue lebensqualität und es ist auch eine eine man muss sein leben ein bisschen ändern ja und das ist etwas etwas was durchaus auch viele positive aspekte hat wenn man ein elektroauto fährt dass ich meine jetzt ehrlich gesagt nicht so ein so ein weiß nicht jundai kona oder sowas ja das ist jetzt würde ich 45.000 euro für ein jundai kona ausgeben ne eher nicht ladegeschwindigkeit wäre mir nicht schnell genug und die langstreckentauglichkeit dafür dass es neues auto ist es nicht gleich wie bei einem tesla model s und schon gar nicht wie bei einem model 3 deswegen für mich kämen nur absolut 100 prozentig nur ein model 3 in frage oder ein taikan wenn ich mal irgendwann ja irgendwie auf eine goldader gestoßen bin in meinem garten den ich nicht habe und ansonsten gibt es da für mich keine alternativen aber generell jetzt wollte ich noch mal ein bisschen was dazu sagen weil wir sind ja ich habe vorhin gesagt wir sind alle so ein bisschen auch momentan na ja wir sind wir sind mitbürger geworden in dem sinne dass wir jetzt alle an einem strang ziehen müssen ja was diese diese corona krise an betrifft es wird viele auswirkungen haben die die meisten von uns jetzt noch gar nicht abschätzen können ich glaube im übrigen auch unsere politiker können das jetzt noch nicht wirklich abschätzen weil eigendynamik das wort hört man in der letzten zeit sehr sehr oft viele eigendynamiken kennen auch kennt auch die politik noch nicht und wir als einfache bürger sozusagen wir können wir haben die pflicht gegenüber der älteren generation loyal zu sein indem wir ihnen einfach hilfe anbieten in denen wir sie nicht mit unseren viren volltropfen der eigentümer dieses autos wie gesagt das ist ein freund von mir der ist derwein ist still beim skifahren und ist mit corona infiziert worden und ist jetzt drei wochen zu hause keine ahnung wie viele leute der wiederum infiziert hat der wusste es ja lange nicht zwei freundinnen von ihm die mit ihm dabei waren mit denen er party gemacht hat die sind auch infiziert worden die habe ich auch noch nach hause gefahren weil er mich gebeten hat ja da wusste ich aber noch nicht dass eschgl ein hochrisiko gebiet ist das jetzt zehn tage her ich habe bloß gesehen oh die husten und denen geht es nicht gut die gehustet hat die habe ich nach hinten gesetzt beim tesla model s übrigens und habe also genügend desinfektionsmittel gehabt bis jetzt habe ich keine symptome ich bin immer sehr vorsichtig habe drei drei semester medizin studiert deswegen bin ich von vornherein vorsichtiger was kontakte zu anderen menschen anbetrifft ja auch schon von vorne meine mutter die hat leukämie seit vielen jahren und deswegen ich bin einen ganz anderen umgang gewöhnt was hygiene und solche dinge anbetrifft das ist etwas das müsst ihr alle noch lernen wahrscheinlich die meisten menschen menschen ist ein gewohnheitstier es fällt so schwer sich an gewohnheiten neuen gewohnheiten anzupassen ihr kennt sicher in münchen da wo diese schießerei vor ein paar jahren war den münchner pressesprecher der so positiv aufgefallen ist mir fällt jetzt der name nicht ein eigentlich netter kerl ja gestern war eine presskonferenz im englischen garten von ihm mit diversen reportern da haben sie sozusagen kundgetan dass jetzt erstmal die ganzen ganzen horden von jugendlichen 19 20 jährigen die da im englischen garten saßen und so getan haben als gäbe es corona nicht dass sie diese gruppen jetzt aufgelöst haben haben also da hat er so eine pressekonferenz abgehalten und er hatte halt irgendwie 20 mikrofone vor seiner schnauze in 20 zentimetern entfernung und eine hand neben der anderen von den reportern und das ist dann schon irgendwie ein bisschen grotesk da löst jetzt gerade eine veranstaltung auf animiert die jungen leute dass sie aufpassen und vorsichtig sind und dann hast du einen pressensprecher von der polizei und die reporter die stehen da ja als geltet es für sie nicht ja also ich habe auch auf facebook sondern so eine nachricht und meine freunde rausgeschickt und habe das verlinkt mit den entsprechenden leuten die da zu sehen waren das ist auch nicht gerade daran sieht man eher die meinteste nicht böse die haben da auch nicht daran gedacht in dem moment aber das sind halt dinge an die muss man denken in der zukunft wir werden wahrscheinlich alle eine harte zeit vor uns haben ich werde ein paar videos rein stellen wie gesagt ich mache das ja aus spaß an der freude nicht weil ich damit geld verdiene ich mache mein geld normalerweise mit projektentwicklung für hotels das ist jetzt natürlich erst mal auf eis gelegt ich habe genügend reserven so dass ich jetzt gut über das nächste halbe jahr komme deswegen will ich auch gar nicht jammern weil ich weiß dass es viele andere gibt die das nicht haben die auf staatliche hilfen angewiesen sind die nicht wissen wann die kommen staatlichen hilfen kommen ja die in ganz anderen sag ich mal zahlungs zwängen drin stecken als ich und deswegen ich werde niemals etwas negatives sagen momentan sitzen wir ganz einfach alle in einem ganz großen riesengroßen boot das ist wie ein öltanker bei einem öltanker die richtung zu ändern dauert auch sehr sehr lange wenn du mal steuer umgerissen hast das dauert bei uns ist es auch so ich hoffe wir kriegen es hin ich glaube auch dass wir es hinkriegen ich glaube wir werden im wahrsten sinne des wortes viele federn lassen müssen was finanzielles anbetrifft wichtig ist dass alte menschen nicht durch unsere eigenen fehler oder schusseleien sterben werden ja und diese gefahr ist eigentlich die absolut größte primärste gefahr aktuell deswegen rufe ich also wirklich jeden auf dafür zu sorgen dass man nicht aus versehen die leute ansteckt indem man unachtsam war dass man auch durchaus ja unsere junge generation ich bin keiner die die verurteilt ja unsere 18 19 20 jährigen die haben die müssen heute in zwölf jahren abitur machen die haben mit ganz anderen sorgen zu kämpfen ja auch bedingt durch die ganze medienvielfalt dazu dafür sorgt dass die leute in gewisser weise die jungen leute heutzutage ja wer so wie ich es in den 40ern ist bei uns gab es noch kein internet als wir jung waren wir haben noch mit normalen telefonen telefoniert wir haben partys per telefon organisiert manchmal per post wenn es größere partys waren wir mussten kommunizieren die jungen leute heutzutage die kommunizieren ja aber die kommunizieren nur noch mit handy ja und mit social media was dazu geführt hat dass die jungen leute ist so ein bisschen verarmt sind in gewisser weise geistig und auch rhetorisch ja viele junge leute die ich so treffe die wundern sich immer freunde von meinem sohn oh gott der quatsch der so viel wieso quatsch der denn so viel ist der vielleicht ein aths oder so nee das war bei uns normal wir haben miteinander geredet ja wir haben probleme gelöst durch kommunikation und diverse andere dinge mehr und wenn du das geübt hast dann kommst du auch vielleicht anders und besser mit dem leben zurecht die jungen leute heute die sind es von von früh auf gar nicht mehr gewöhnt die sind mit handys aufgewachsen die millennium generation und die können da nichts dafür die sind einfach in diese welt reingeboren deswegen will ich sie nicht kritisieren dafür ich habe so meine eigene meinung zu dieser friday for future bewegung ja ich finde es gut dass junge leute sich engagieren und ich finde es gut dass sie sich um ihre zukunft sorgen machen aber es hat sich so ein bisschen wie der konflikt zwischen der generation der eltern und dieser generation jungen generationen eben entwickelt und ich fand manches in diesen diskussionen sehr unfair geführt von von den friday for future so als hätten wir vorsätzlich angefangen die welt anzuzünden was mit sicherheit nicht der fall ist weil wenn die firma 40 jährigen angucken als die jungen waren also als ich jung war da durfte man in der isar noch nicht schwimmen ja weil da wurden dann weiter oben irgendwelche sachen eingeleitet und da war das durchaus mit risiken behaftet oder rhein oder necker sind alles flüsse da konnte man früher nicht schwimmen vor 30 35 jahren mittlerweile kann man das also es hat sich ja viel getan die luft ist viel sauberer jeder der kurz nach der wende in ostdeutschland gewesen ist muss sich noch erinnern kann wie die luft auf den straßen war allein schon durch die ganzen zwei takte autos ja das war haarsträubend ja die haben die haben hauptsächlich der ddr hatten sie ja keine wirklich keine atomkraftwerke die waren dabei eins ans netz zu bringen aber das war noch nicht wirklich am netz in stralsund glaube ich irgendwo in der nähe und naja also wie gesagt es wir haben noch in unserer jugend eine sehr schmutzige umwelt vorgefunden wir sind auch nicht mehr menschen geworden deutschland sind die die geburtenraten immer gleichbleibend gewesen und von dem her finde ich dass sich schon wahnsinnig viel getan hat und dass die jüngere generation ein bisschen zu viel von uns verlangt dass wir jetzt von heute auf morgen alles umkehren unabhängig von den zahlen und den fakten das ist meine ganz persönliche meinung dass diese generation ist ein bisschen übertreibt mit ihren forderungen und das rad ist zwar an einem tag erfunden worden aber perfektioniert worden hat es sehr sehr lange gedauert so ist das mit autos mit flugzeugen ja und so wird es auch sein mit den zukünftigen anforderungen ja meiner meinung nach ist eigentlich das hauptproblem wir sind sieben acht milliarden menschen auf der welt man muss sich nur mal überlegen werden wir nur drei milliarden oder dreieinhalb milliarden wir hätten viele probleme gar nicht also wo es meiner meinung nach problem ist es die überbevölkerung klar man kann das problem der überbevölkerung wenn man es als problem ansieht natürlich nicht lösen ja weil man kann außer in china wo sie die geburtenraten sozusagen vorgeschrieben haben wir sind demokratien wir können nicht sagen ihr kriegt jetzt nur ihr ein kind pro familie oder zwei maximal je nachdem aber das sind probleme die müssen angegangen werden und auch diese probleme das eigentliche problem die überbevölkerung kann nur global angegangen werden das kann ich wir können nicht jetzt aber mal den afrikanern vorschreiben hey ihr kriegt das mal bitte nur 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 eineinhalb anstatt sieben kinder pro familie sondern da muss man denen auch helfen ja vielleicht auch mehr wohlstand schaffen in diesen ländern bei uns hat der wohlstand dazu geführt dass die geburtenraten zurückgegangen sind vielleicht ist das der richtige weg aber ich glaube nicht dass man das allein durch philosophische diskussionen entscheiden kann selbst wie ich mittlerweile in starnberg angekommen mein verbrauch ist 5,6 liter ich habe jetzt genügend geschwafelt für heute ich wünsche euch einen wunderschönen tag zumindest was das wetter anbetrifft alles andere ich wünsche euch gesundheit dass ihr die zeit mit eurem lieben nicht zu vielen lieben übrigens genießen könnt und kopf hoch wir kriegen das alle hin wir werden eine zukunft haben wir werden wie gesagt auch viel viel leid erleben in den nächsten wochen ja wir sind auch eine generation die nie kriege erlebt hat das ist jetzt unser krieg den müssen wir ertragen wir müssen helfen und es muss mehr solidarität aufkommen zwischen uns allen der persönliche kleine egoismus der muss jetzt hinten angestellt werden wir müssen wieder lernen miteinander und füreinander zu leben alles liebe andreas